Im Davis Cup-Finale haben Frankreichs Tennisherren das Doppel gegen Kroatien für sich entschieden. Damit konnten sie ihre Chance auf den Titelgewinn wahren. Nicolas Maillot und Pierre-Huig Herbert besiegen Ivan Dudik und Marte Pavic in Lille in vier Sätzen. Von den beiden finalen Einzelpartien am Sonntag steht es damit 2 zu 1 für Kroatien. Das Final-Duell in Lille ist die letzte Auflage des Davis Cups nach altem Muster. 2019 wird nach der ersten Runde im Februar der Sieger des Teamwettbewerbs in einer Finalwoche mit 18 Teams Mitte November in Madrid gekürt.